hallo ihr lieben leutchen willkommen zurück zu boulogne weiter geht's in der option der weg des kriegers und einschalten ja noch mal weiter erforschen das gebiet schon um bluten und kämpfen rotes meine besten freunde so gedacht zugewöchert ein kleines obwohl es eigentlich normales design mit den blättern und sich das normal so abgedeckt und ich rede von zu etwas sag ich mal man sieht dass das alles hier ein bisschen verfallen ist aber gewolltes design sag ich mal dacht technisch zumindest obwohl hier nicht so ne hier ist eh voll aber da ist so egal das war wieder das was auf dauer heilt er hat mich schon aufweist du bei dem konkreten Ah ja, den haben wir wieder mehr. bewachte standarte ah da kann ich vorne kann ich den shortcut ja ja da ist der flot irgendwo da angebunden alles andere sonst ruhig ja Oh, das macht keine Falle, okay. Ui, aber das wäre ein ganz großer Kerl. Oh, den kann ich jetzt mal schlafen machen. Was ist das? Was, gegen den muss ich kämpfen, was? Nee, das ist das nicht. Er ist ein normaler Gegner. Ich habe mal gar nichts drauf, aber rumlaufen, über das Pferd zu falten. Ich muss mal rüber saugen lassen. Nee, das ist nicht so geil. Ich halte das schwer. Und sehe dabei gefährlich, aber es ist mit meiner Rüstung. Bei einem anderen, was es schön macht. Nicht, dass da viel klappt und ich war nicht so richtig, ne? Also nur die Größe war es und... Ende. Da war nichts. Er hat so viellasst. Es war nur die Rüstung. Er hat nun mal keine Rastor. Er hat alles gekapelt oder verändert. Er war einfach... Er war einfach Rüstung. das klingt so aus der japanischen mythologie oder hier war wohl da nur die piste manchmal hoffentlich so ein bisschen mehr sind und weiter und so weiter und so weiter und mal wieder mal guten alten drachen drachen heilung das wäre nicht schlecht so 10 Stück würden wir eigentlich reichen Krabin fliegt er mal einfach an, das ist von dieser Statue, ne? so, 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 schon wieder so leichte Mio-Vibes Mio-1, das zweite oder dritte Hauptgebiet, auch mit so einem Tempel ah, jawoll, Drachenheilungstopp um eins erhöht yes ich hab so schnell überflog, hab den Anfang gar nicht so richtig, ja, dadurch gesehen, erglesen und fast überlesen ich dachte, wir werden uns wieder zu stärker sind im ersten Moment ja komm, mach deinen roten, nicht meinen, nicht mein mann, nicht bei mir soll es rutsunkeln, sondern bei dir komm wenn man sieht, wenn man nicht mehr braucht, wird es auch richtig zu sterben und trotzdem schneller gehen ja ja, ja ja, ja Ja, wer ist alles andere als lustig, ne? und da ist das, was ich meine komplett ho-maunloser Typ Angriffsmuster, ich krieg's einfach nicht rein, das ist einfach verheblich. Backswing-Scheiße. Ich glaub, mein ich, das ist so billig, dass es aber gleichzeitig so effektiv ist. Das ist wahnsinnig zu machen. Komm, leck mich. Jetzt wird's mir zu blöde, ey. Komm auch eh nicht hinterher, ne? So viel, dann könnt ihr mit ihr Top-Nasen. Naja. Oh, der ist ja hilfende Teilchampagne, äh Streiter. Klammert hin. Oh, Stand, ey, Stand schon wieder mit Standarte. Die zieht aber mal, wenn er es zeigt. Auf die Markierung wird es schön, ne? Das wäre zumindest mal nicht schlecht. Wenn jemand zu spott hat. Naja. 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 Da hier ist die größere Gebäude. Ja. Da ist doch wieder die tote Katze. Ah, das klingt nicht so gut, ne? Oh, ich hatte noch geschwärts. Warte, warte. Das war doch nicht so. Das sind so viele Effekte, die manchmal so geschockt sind. Die wirklich geworfen werden quasi durch den, durch die Schacke, die ich da so angelegt habe. Das war gar nicht mal so umknockt. Ein gewünschtes Drachenheim, da liegt einer. Ein noch, da bin ich eigentlich zu fiegen. Die 10 kann ich eben. Ah. Ah, du Schwein. Ich will mich überraschen, steht und pennt selber, ey. Ist nicht hier. Oh, ich kann upgraden, wenn ich möchte. Nein, nicht die Tür aufmachen. Da ist der Bohr. Nein, der geht doch schon automatisch rein, ne? Ach so, kann ich gar nicht. Ja. Na. Na, warte. Na. 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 guti, das ist boss time auf jeden fall kunstklassiker, ich glaube das ist für die gute dame im geheimen doch hier ist bostmann, definitiv so wie das tor leuchtet anis das tisch, ne egal anis das tisch, einfach mal versuchen, mit ihm die halbwegs auszukotzen aber man, ja ja die eine oder andere hänger, die gibt es bei mir kostenlos immer mit dem programm ja, drei markierungsstandarte wird aber sehen, kotz äh, flanke, flanke, weil immer die flanke meine ich, natürlich, meine ich die flanke aber nicht schlimm 19, ja komm, geht so lange ich nicht so 15 oder so bin er ist ein ein warrior riskes his life for his duty i will not step down Dieser Lu-Hu-Verbündete, ne? Unter- oder Ober-Offizier, irgendwie so, oder General? An die Augen! An die Augen! Ich hab aber gar nicht so weit sogar in die Augen! Ah, was machst du? Oh, 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 der lasst da. Richtig gut, schnell heil dich. Ich bin mal böse. Ich kann nicht auch was. Ich bin mal böse. Wo, 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 Heilung. Ich drücke immer nach dem jeden Konter. Oh, fuck. Nach dem blöden Konter eigentlich direkt Heilung. Der macht manchmal nicht direkt. Blöd, Mann. Kann nicht schnell genug gehen. Boah, jetzt habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich kann nur noch punkten. Überall. Überall. Oh, Mann. Ah. Das habe ich schon geschnallt. Das machst du gerne, die Blöcke, ne? Das ist so. Oh, Mann. Das ist so. General, du hast mich in diese Stadt. Ich werde ihn zu der Erde defendieren. Oh, leck mich. Mann. Schnell, schnell, schnell. Mann. Ich dachte, er ist gut. Ah, die Attacke ist richtig. Die Stich-Attacke. Ah, ich habe ihn jetzt zu. Oh. 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 Ah, shit. Oh, du warst mal gleich auf. Genau. Pfiff Auaauauauauauau Herr September estwickelt Die Geibs sind auf jeden Fall nicht mehr in den Effekten bei denen, ne? Oh. Ach, ich bin da... Oh, geil. Ich bin schon aus dem Affekt. Ich hab's jetzt gleich so gemacht. Komm. Boah, der war jetzt rund. Lussisch. Ah, fuck. Ich hab' ihn so schon. Boah. Sehr gut. Ich will nicht begrenzt für mein Leben. Böge mich! Wo ist der Klubu? Der kommt jetzt wahrscheinlich da. Loch gesprungen. Wäre krass. Da er ist. Gebeten den Krieg General, Zhang Liao. W-Why hast du... Ich habe diese Lande mit Bixie gesucht, mit meinem Bladen, in search of what makes a Warrior. Jetzt glaube ich, dass ich endlich eine Antwort habe. Wir können unsere Leben in der Kriege verlieren, aber wir werden niemals verlieren. Ein Warrior kämpft für etwas, das sie nicht mehr verlieren können. Ich habe den General Liu gesehen. Er war ein wahrer Warrior among die Warrior. Wenn meine Leben enden würde heute, dann würde ich keine Erinnerungen geben. Ich habe das Gefühl, dass ich noch einen Warrior von so großartig ist, war in der Mitte. Das war's. 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 Das war's.